So, da bin ich wieder. Lords of the Fallen Folge 2. Wir wollen mit Kassel sprechen. Ich muss mir echt nach rein gehen. Ach ne, ich muss nur zurückkehren. Ich kann die Tür so aufmachen. Mein Volk ist der erste Boss. Er wurde ja gesagt, er kommt schon nach 10 Minuten. So, da bin ich wieder. Ich wollte, ich nehme ja richtig viel ab. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist ein Mann, wir können mit Kassel mal verleten. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist nicht so gut. Die Frage komme ich besser mit dem Rosenminn in den Kleinschlafen. Hilfe! Geh! Das! Das wird wieder nichts. Ja, wusste ich, dass das nicht wird. Was ist das denn? Was ist das denn? Da kann man nicht die Zeit nicht sein. Er nimmt den Halt an zur langsamsten Kraftfahrt. Der Fixer. Kann man besser sparen, wo ich gleich wieder tot bin. Ich müsste sagen, jetzt. Hallelah, die sind ja schön kurz. Das wird immer noch ein bisschen. Geht. Entschuldig, mit dir. Abwechslung Das ist ausreichend, wenn es zu fliegen ist. Ah, weg, weg. Weg, habe ich gesagt. Weg, weg, weg. Das ist wichtig, wenn wir so entfernen. Weg, weg, weg. Jetzt habe ich noch eine Kaffade. Ich bin groß, ja. Das ist nicht wahr jetzt. Warum geht es nicht hier um den Zeigerstück? Lass mich gleich töten, das bringt jetzt nichts Sinn. Töte mich. Töte mich. Töte mich. Töte mich. Töte mich. Töte mich. Dieses Spiel wird recht schwer für mich. Töte 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 mich. Also nicht die schwere Waffe nehmen, den Zweihänder, sondern... Ich fühl die Steuerung auf mir gerade zu interruttiv an meinen Händen... Hau sein... Mann! Alter, warum schlägt denn der da? Das war's! 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 Das ist ja so... Junge, es geht um dein Leben und du schnittst du. Du bist sinnloser Trick. Das war Zorgsauce und er nimmt den Scheiß dran ein Stück schneller. Das war Zorgsauce. 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 Leur Asie. Oh Gott, ich endlich nehm. Was war das? Einer dieser Herrscher, von denen Kaslo mir erzählt hat? Das wird noch aus, ab der nächsten Folge, bis dann, tschau!